Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fagraphy. Ja, warum stehe ich hier? Ich, äh, hab eben kurz, wollte ich gucken, welchen Rang ich überhaupt, oder welches Level ich in der Arena bin. Und ich bin auf Rang 3 und dann sind mir diese zwei hier aufgefallen. Wenn man sie ein bisschen beobachtet, dann fällt einem auf, dass es immer die gleichen Bewegungen sind, immer die gleichen Handlungen, nur, dass sie sich immer abwechseln. Der hat den jetzt fertig gemacht, jetzt macht der den wieder fertig. Und jetzt gehen wir andersrum. Ich weiß nicht, ob das so spannend ist, aber ich wollte, das, mir ist aufgefallen, deswegen wollte ich euch das gerne mitteilen. Ja, und jetzt, seht ihr? Ja, also, Arena, in die Arena gehen wir jetzt nicht. Ähm, Karte. Wir könnten jetzt zu Longinus gehen, wir könnten eine goldene Fahrtmission machen, oder irgendwas Wirres wieder, also irgendwelche Nebenmissionen. Sowas haben wir zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Paragans Zorn. Vernichte diesen schwer bewaffneten feindlichen Konvoi, du hättest große Mengen. Okay, ja, hier gibt's auch sowas, hier auch. Gibt's denn sowas in der Nähe? Wo sind wir denn? Hier, wir könnten natürlich hier langfahren und dann hier mal kurz gucken, was das denn für eine Aufgabe ist, weil die Aufgaben sind ja neu. Da wir ja so stark sind, ist Paragans langsam ein bisschen giftig. Und deswegen gibt's jetzt Paragans Zorn-Missionen. So, haben wir einen Ring-Suit? Wow. Ähm, nicht Baum, nein, nicht ein Baum. Nicht in den Baum. Okay, hier haben wir noch ein bisschen, ein bisschen was geschafft an der Weg. Die Leute da hinten sind mir jetzt mal egal. Und ich bin wieder relativ fit. Ich kann auch wieder ordentlich reden und wenn hier wieder was zum Vorlesen ist, dann lese ich das natürlich auch vor. Ich tue euch nichts, ihr braucht mir auch nichts tun. Die Wildschweine sind ja so, wenn man die angreift oder wenn sie sich bedroht fühlt, dann greifen sie einen an. Hier kurz das Krempel mitnehmen und ein Poster. Abreißen. Ganz wichtig. Ah, okay. Alter, mach mich einen gesplatt, ne? Aua. So. Also, wenn man immer einen Granatenbewerd dabei hat, dann ist es doch echt leicht. Vielleicht zu leicht. Ey, sag mal. Ey, Frauen am Steuer, ne? Das kann echt nicht gut gehen. Was ist so mit euch los? Meine Güte. Feuer, mein Gott. Warum brennt meine Autos? Oh man. Okay. Ich hab mir jetzt... Ich weiß noch gar nicht... Was könnte denn das für eine Mission sein? Wir haben uns ja für Amita entschieden und wir sollten Sabal töten und haben es aber nicht gemacht. Aber Amita denkt, wir haben es gemacht. Wir können hier gar nicht schnell hinreisen, ne? Weil hier alles noch... Das ist ja scheiße. Wir könnten von da hin fahren. Ja, dann müssen wir das wohl machen. Oder von hier? Gut. Gut. Keine Ahnung. Ich glaub ich gleich lang. Ich geh einfach mal hier hin. Auf jeden Fall denkt Amita ja jetzt. Wir haben Sabal umgebracht. Und ich glaube, wenn sie rausfinden, dass wir das nicht gemacht haben, ist sie, glaube ich, sauer. Obwohl ich echt ein bisschen schockiert war, dass sie das von uns gefordert hat. Und ich frage mich ja, wenn wir uns jetzt für Sabal entschieden hätten, ob er auch verlangt hätte, dass wir Amita töten. Das ist halt das, was ich gerne wissen möchte. Und die Frage werde ich mir selbst nach dem Spiel, wenn ich das durchgespielt habe, beantworten. Und die mich, nicht einfach, indem ich das irgendwie herausfinde. Durch andere Let's Plays oder keine Ahnung. Ja, ich spoilere mich ja gar nicht. Ich habe, ich habe gar keine Let's Plays von dem Spiel hier. Und ich lese mir auch nichts durch. Und ich würde so gerne jetzt ein Auto haben. La 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 la. Auto. Wir können doch nicht tausend Meter laufen. Ach da. Also, falls einer von euch das so gespielt hat, dass Sabal... Oh oh. Ähm. Dass... Wer Sabal gewählt hat als Anführer und wer halt dafür war, dass die Tradition beibehalten wird und Badra verheiratet wird und so, der... Also, falls es Leute gibt, die hier das spielen und das gucken und das anders gemacht haben als ich, die können ja mal... ... einfach mal schreiben, ob Sabal das Gleiche... ... wollte, also das Gleiche verlangt hat wie Amita. Also, hat er auch gewollt, dass Amita... ... dass wir Amita töten. Weil Amita, die ist ja so eine, ne? Die wollte das ja, dass wir Sabal töten, haben wir aber nicht gemacht. Und ich, ähm, glaube... Also, irgendwie wusste ich, dass man halt so lange warten kann, bis er halt von der Leine abbricht. Man hätte ja auch denken können, er zielt so lange auf Sabal, bis man den endlich abdrückt. Und man hat gar keine andere Wahl, aber das hat man ja. Und ich glaube, wenn man so Spielanfänger ist und das wirklich gar nicht weiß, dann hätte man auch, ähm, einfach abgedrückt vielleicht, weil man es halt gar nicht weiß, dass man überhaupt eine andere Wahl hat. Ich verstehe, was ich meine. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt wirklich noch nie Farbray gespielt hätte oder andere Spiele, und das so mein Einsteiger-Ding ist, dann ist halt die Frage, ähm, ob ich dann abgedrückt hätte, weil ich ja... Ich hätte dann vielleicht ja gar nicht gewusst, dass man überhaupt eine andere Chance hat. So. Wir sind auch gleich da, glaube ich. Hundemarken haben wir wieder. Und 250... Karma-Punkte. Ach ja, da fällt mir ein. Karma-Punkte. Wir haben 15 neue Fähigkeitspunkte. Und einige können wir aber noch nicht, äh, freischalten, weil man dazu entweder bestimmte Aufgaben machen muss. So wie hier, äh, Kürati-Films-Rennen-Aufgabe. Oder ein, äh, kaufe eine einzigartige Waffe. Das können wir auch nochmal machen. Dann können wir hier auch Überlebensspritze Level 2 machen. Erstmal machen wir die, die wir hier machen können. So, non-stop. Du kannst endlos sprinten. Juhu. Karma-Boost, das können wir auch nochmal. Und machen wir mal jeweils 4. Dann haben wir das auch weg. So, 1, 2, 3, 4. So. Oh. Ähm, ja. Dann brauchen wir noch eine einzigartige Waffe, können wir ja kaufen. Und... Und diese Aufgabe, die man braucht, die man gemacht haben muss, um das freizuschalten. So. Mal gucken, was hier jetzt los ist. Sieht hier auf jeden Fall nach was Großem aus. Sie haben bestimmt irgendwas Großes vor. Was machen die denn da? Das ist ja cool. Das will ich mir mal kurz angucken. Sowas find ich irgendwie mega cool. So, das geht's bestimmt wieder von vorne los, ne? Los, kämpft! Ach, Mann, ey, das ist doch langweilig. Ey, jetzt auf einmal wieder, ne? So, wir gehen jetzt mal hier rein. Was ist hier denn los? Wir haben auf dich gewartet. Alle bereiten sich auf den letzten großen Angriff vor. Gegen Pagans Festung. Das wird nicht einfach... Pagans Festung, also. Ich hab das von Sabal gehört. Was du auch denkst, Amita will immer nur das Beste für Kürat. Wir müssen weiter. Ja, kommt der denn nicht mit? Oh, da war... Stopp! Da war noch was zu lesen. Das hätte ich gern noch... Kann man noch zurück? Nein! Da war noch was zu lesen. Das hätte ich gern gewusst, was da steht. Ach, egal. Also erreiche die Festung. Heißt das denn jetzt, dass... Wenn Pagans Festung, dann müsste Pagans ja auch nicht da sein. Vielleicht töten wir jetzt schon Pagans. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weil wir sind ja grad mal bei 40 Prozent. Das wär ja... zu krass. Aber die 40 Prozent... Es gibt halt auch so viele Nebenaufgaben. Ich glaub, wenn wir alle Aufgaben machen, dann sind wir... Alle Nebenaufgaben sind wir bestimmt schon bei 80 oder bei 70 Prozent. Aber ich hoffe nicht, dass es das schon... War vom... Von den großen Missionen her. Oh Gott. Ich kann keine Waffe wechseln gerade, weil... Überschrift... Also... Au! So... Das gehen wir jetzt erstmal ganz belassen an. Zumindest versuch ich das. Tu ich's doch schon! So, da ist noch einer. Irgendwo. Ich seh ihn nicht. Ach da, hier vorne. Ich dachte, irgendwo auf dem Haus. Sag mal! Das ist Hack bei dir! Du Pappnase! Nein! Was war ich denn? Das ist schlecht. Nachladen? So, da ist noch einer. Na! So, zeig dich! Du Vollidiot! Gut. Die Waffe ist gut, weil die so präzise ist. Wir konnten ja auch den Granatenwerver nehmen, aber... Die helfen uns natürlich auch. So, wo ist der denn da? Ich bin den einfach nicht tot. Ich bin einfach zu blöd. Kann da nicht jeder so gut sein wie ich, ne? Kein Spaß. Ähm... Wo denn? Da oben? Nee. Wo denn? Da oben ist auf jeden Fall einer. So, da können wir so nicht rein, deswegen war da eben Kletterhaken wahrscheinlich. Dann mal los. Da wird oben gleich... Wenn ich da oben ankomme, bestimmt... Voll viele Leute. Hoffentlich nicht. Oh Gott, ich muss wieder... Okay, ganz ruhig. Oh, oh. So, Feuerwehr... äh, Feuer... Flammenwerfer-Typi. Ich muss jetzt sterben. Der FPG eh gleich. Ich mag das Visier von der Waffe, das ist so... Ähm... Gehen wir mal hier rüber. Ist ja immer noch da. Oh, Bombe, Granate. Sag mal. Ich glaub, es reicht, ne? Hallo. Wie stimmt denn nicht mit denen? Wo ist denn hier noch einer? Oh Gott, Flammenwerfer! Heiß, heiß, heiß! Heiß, heiß, heiß! Heiß, heiß, heiß! Heiß, heiß, heiß! Oh, Feuer, Feuer, Feuer! Erstmal... Ich muss kurz mal wieder runter, um mich heilen, oder... ... was weiß ich. So. So. Äh, Munition. Also, weil die alle sterben. Ist das nicht bitter? So viele Leute gegen... ... quasi gegen nur... ... einen nur. Und die schaffen einfach nichts. Was gibt's hier denn noch? Ah, Medizin. Sehr gut. Ich kette eigentlich mal hier hoch. So. So, hier vielleicht. Ach, die sind wieder hier. So, du... Was? Wo sind denn hier noch Leute? Ähm, da oben. Krass. Was? Ja, ich spreng mal schon irgendwie auf. Ist kein Problem. Erstmal hier die Sachen angucken. Kann ich leider nicht lesen. Feige Sau! Zeig dich! Die sind doch auch alle zu blöd, ne? So, wie spreng ich das auf? Am besten ja mit C4, ne? Da kommt aber was. So, hat der Cock noch ein bisschen rundum über geloogt? Ähm... C4 haben wir. Nummer 9. So. Das Tor ist offen, Leute! Okay. So, wo sind denn hier noch Leute? Da war einer. Ah, Mist. Okay, jetzt geht's um die Wurst. Jetzt geht's erst richtig los, glaub ich. Aber die Waffe haben wir auch noch. Ich hab total vergessen. Und die gefällt mir ganz gut. So. Leute, die müsst ihr auch nicht einfach so reinwaschen. Die können wir einfach mal mit Bedacht vorgehen, irgendwie. So, ähm... Oben sind noch welche drauf, glaub ich. Oder? Hm. Äh, da hätten sie noch welche. Mist. So, die Alarmglocken sind schon mal wieder am... Tröten, ja. Hä? Wo ist da hinten vor den Gartmessern?